jo boim freunde alles gut bei euch willkommen zurück in der collectors bay die heute ganz zufällig so klingt und aussieht wie tim k's nerd crate heute im video ist schon eine weile her dass wir das mal gemacht haben wurde aber mal zeit denn was war gestern happy marshall day und deswegen gucken wir uns heute zusammen auch deswegen ein bisschen eine empfehlung möchte ich gar nicht sagen nennen wir es eine produktinformation zu rahmentoys und da ist er auch schon endlich angekommen da haben wir schon eine weile auf gewartet würde ich sagen super artwork kannte man vorher schon von sowohl rahmentoys seite selber als auch von ken coman schönen gruß geht noch mal raus haben wir im live stream als wir das ganze ding ausgepackt haben auch schon gesagt an den guten kerl der hat uns nämlich das artwork vorher schon mal gegeben ohne das logo damit wir halt sagen können so der kerl incoming voll gut richtig richtig schön man sieht fort kerium im hintergrund wobei ich glaube war das nicht war das nicht war das das auch text hexburg glaube ich ne ich glaube das war er text hexburg auf jeden fall daran angelehnt sieht super gut aus auf der seite hier noch mal schön aber angelehnt sieht richtig spitze aus das material ist interessant das ist alles sehr strukturmäßig aber ist auch ein bisschen anfällig für falten tut der sache nicht wirklich ein abbruch aber sieht super klasse aus hier sehen wir ihn entsprechend mit seiner ja kraft des lösen sich des sich des wolfes und so weiter und so fort sieht toll aus ich habe ich habe mit ace gesprochen ich finde es müsste doch ein hologram figuren set rauskommen oder wenn er wolf denn oder der bär vielleicht dabei wäre das vielleicht als zweiteil dass man was um ihn rum wickeln könnte ich verspreche heute nichts er hat eine idee mal gucken was wir so machen oben drauf der marschall unten drauf warnungsweise auf der seite noch mal das logo schön ein bisschen bibliotheksgefühl hat dann entsprechend magnet cover das ist schön in drinnen noch mal absolutes killer artwork also das ist das ist unglaublich fett diese waffe sehen wir übrigens heute nicht die war im rahmen exklusiven paket dabei das haben wir nicht bekommen und einen schönen ausschnitt mit allem was da drin ist in drinnen standard klemmschell aber sehr sehr stabil hält alles sicher fest tippitoppi das ist tippitoppi und wenn man hier noch mal reinguckt haben wir noch mal einen sehr schönen backdrop mit noch mehr ford carrier und wir denn das ganze ist auch mal protective sleeve zeug was da drin ist unter dem cape und so weiter noch reinschmeißen können also da hat rahmenteu keine kosten und da haben wir alles womit der gute marschall so kommt so ist er dann auch entsprechend in der box wenn ihr den raus nehmt er dann sein cape um und er hat seinen hut auf der hut ist ein problem da werden wir darüber reden ansonsten funktioniert diese figur tatsächlich sehr gut was haben wir aber alles wir haben erstmal teuge treu blaues harnisch beziehungsweise blaue weste mit dem stern wir haben den helm mit seinem mit seinem laser visier wir haben ein leicht lachendes sculpt wir haben haltende hände wir haben trigger hände wir haben rennende hände sagen wir es mal so oder entspannter hände fäuste die vorinstalliert sind ein tomahawk seinen blaster und ein schild haben wir einfach hier mit einmal an sieht gut aus ich mag das mega wie das gemacht ist wirklich tolle paint application sitzens wirklich hundertprozentig schöne rote streifen mit dem silbernen stern hier hinten sieht gut aus dass alles extrem tight es gab das sieht richtig richtig gut aus hier an der seite haben wir die kleinen noopsis sprich wenn ihr das ganze austauschen wollt dann kombinieren wir mal ein und zwei sachen ihr nehmt den einen kopf ab dann können wir das cape schon mal abnehmen stellen wir den marschall einmal ab und gucken uns da schon mal eben an und gehen von da aus dann zurück zum blauen harnisch wir haben dann hier sein cape das sieht richtig richtig toll aus ich bin mir gar nicht sicher hat er das im bravestar the legend getragen ist eine weile her dass ich das ding gesehen habe schreibt mir das noch einmal in die comments man kann nicht alles behalten aber sieht super gut aus mit dem silber hier in kleinen patronen oder sowas hier das pinstripe hier drumherum die falten das sieht alles richtig richtig gut aus softes material überhaupt kein problem lässt sich aufsetzen lässt sich abnehmen ich werde es nicht nutzen sage ich euch ganz ehrlich aber sehr schön gemacht haben wir das dann haben wir hier wie gesagt das teil das lässt sich sowohl also es lässt sich genauso abnehmen wie das hier das ist dann ich weiß nicht wo er jemals ein weißes harnisch getragen hat war in der show hat er halt kein weißes harnisch in der show sieht er halt so aus und so werde ich den höchstwahrscheinlich auch aufstellen wenn ihr das ein bisschen erweitert haben wollt dann nehmt ihr entsprechend das hier setzt das einmal hier drüber einmal links auf die seite zip auf die andere seite und dann könnt ihr wieder den kopf aufsetzen und dann entsprechend sein helm macht ein gutes komplettes bild wie gesagt das ist noch mal ein eigenes problem das können wir jetzt adressieren wenn wir hier schon der kommt dann wie gesagt mit zwei hüten beide hüte sind im endeffekt sehr identisch wir haben hier schön diese kybernetischen designs mit der antenne und dem quasi stern noch mal vorne drauf das sieht erst mal so vom profil sieht das erst mal sehr gut aus das problem ist der fit der fit ist nicht gut ich habe darüber gesprochen ich sagte ja dann am besten in den raum der nicht so warm ist die möglichkeit habe ich nicht meine wohnung hat keine hat keine air conditioning bedeutet bei mir ist es immer so warm der kopf hat hier irgendwie kinken freundlich auch gerade was das ist aber habe ein video gezeigt das blende ich stückchenweise immer ein rechts es gibt wohl eine gewisse art und weise wie das wie das halten soll dass man das ding sogar über kopf halten kann aber ich kann hier machen was ich will den egal wie es wirklich millimeter bereich drehen und wenden ich habe das gefühl der sitzt hier oben drauf und er kommt gar nicht komplett runter so dass ich das überhaupt komplett machen kann also bei mir hält er absolut nicht ich habe mir ein stück 3m klebeband genommen und wer das dann an die innenseite ran kleben damit das ja fünftig hält das ist leider überhaupt nicht gut um genau zu sein muss ich sagen ist das schlecht dass der hut nicht sitzt ist nicht gut wir können auch mal eben gucken ob der andere vielleicht besser sitzt der sitzt besser aber ich sehe auch gerade das jetzt ein bisschen verbogen was ist ein kleines problem das ist das ist so soft das sitzt besser aber runterfallen tut es trotzdem haben nicht entsprechend sein sein visor gebe ich ein bisschen silberpatschen drauf auf dem rot das ist ein bisschen schade das ganze ding hier ist verbogen also das ist leider nicht so ganz hundertprozentig und wie gesagt es sitzt der hut sitzt nicht gut kann ich nun mal einfach nur so sagen wir machen übrigens nicht dasselbe was rating angeht und so weiter wie in der nörg das lassen wir drüben also gut sowohl option als als auch option 2 sitzen nicht gut zum gürtel der kann mal hoch rücken es wurde eines gesagt von ace dass die fabrik diese gürtel komplett falsch installiert haben die müsst ihr einmal drehen sprich ihr kommt einmal den ganzen oberkörper runter das kann ich ihnen zeigen das geht einfach flug ball pack dann drehe das ding eben um und dann können wir das wieder raus setzen das funktioniert gut auch starke entwarnung das mit dem hut ist nicht gut nein aber ansonsten die gelenke von dem kerl funktionieren ehrlich gesagt ziemlich geil wir haben dann hier auch noch sein schild der ist super klasse der sieht wirklich spitze aus schön klares oranges plastik richtig energiemäßig kommt klasse lässt sich einfach in den unterarm einpacken überhaupt kein problem das ist gut dann haben wir hier den zweiten kopf den habe ich eben schon mal drauf gesetzt er hat denn hier halt ein leichtes lächeln der austausch ist ohne probleme kein ding zeigen jetzt nicht dass es abziehen wieder raussetzen dann haben wir hier sein kleines etui oder seine scheide scheide ist das wort bei schnitten für sein tomahawk das ist ein bisschen auch schwer ranzukriegen aber das ding selber da drinnen sitzt dann gut sieht toll aus schön mit metallig blau und noch so ein paar kleinen details für den griff und so weiter das ist wie gesagt sehr sehr cool das sieht dass die spitze aus das macht so eigentlich ziemlich viel her muss ich mal sehen ob ich das irgendwie anwinkeln und dann daran lassen muss ich mal schauen das geht und für die andere seite habt ihr dann noch seine holster das war das war überlegen immer das holster für seinen blaster selbes prinzip sitzt besser sieht erstmal komisch aus ein bisschen weit ab aber tut was es soll und der blaster selber sieht auch absolut sahne aus genau metallik blau wirklich wirklich toll schöne details sieht sehr sehr schön aus holster gleich rein überhaupt kein problem und damit ist auch wisst die griff hände so und nachhalt auch die trigger finger hände sehr wichtig haben tolles material sehr weich aber trotzdem firm auf eine art und weise und damit könnt ihr das dann sehr sehr gut hier entsprechend in die hand halt wickeln sagt er und kriegt das dann überhaupt nicht hin so einmal reingewickelt und dann ist das halt auch fest wackelt nicht rum das funktioniert wirklich spitze mag ich sehr gerne ich schätze irgendwie damit werde ich den aufstellen ich mag auch die kleinen silberne nieten hier die sehen toll aus also rein was das ding angeht ist das wirklich ist das ding wirklich mit liebe gemacht noch ein kleines problem was leider auch ein ding ist was aber auch bei anderen firmen passiert das ist jetzt nichts was irgendwie besonders tolles egal ob third party das kann euch bei third party passieren das kann euch bei komplett lizenziert passieren wenn die hand auswechseln wollt dann kommt der pack raus müsst ihr kurz ein bisschen festhalten oder halt einmal einmal mit den zähnen festhalten dann könnt ihr das nicht rausziehen die dickere seite kommt wieder in den arm richtet das so aus dass ihr den kant hier entsprechend habt dann könnt ihr das hier in die hand reindrücken und dann hier auch wieder reindrücken das geht das ist kein problem kommen wir noch zu den händen dass das letztes war wir haben wie gesagt die fäuste und wir nehmen uns einmal die entspannte hand alles andere ist dann dasselbe da können wir uns die details von dem kerr so ein bisschen angucken ich bleibe doch einfach stehen manche figuren haben auch problem wenn normalen stands schön blau bemalt hier auf dem rücken alles abgesetzt wirklich dreidimensional nicht nur rauf gemalt auch hier mit den pads auf den fingern schön paar falten in drin wie gesagt tolles material sitzt gut hat er vernünftige rennhände und man kann ihn vernünftig generell einfach einen guten rennpose anbringen und das gilt für die anderen ändert auch wie gesagt eine griffhand für seinen tomahawk noch eine andere abzugshand für die andere seite und die anderen beiden sind auch noch mal gespiegelt dann kommen wir zum marschall nehmen wir eben das hier ab weil den marschall kennt man entsprechend ohne das so kennt man den marschall so kennt man bravestar tolle proportion mag ich sehr sehr gerne ich finde das hat es gehabt auch gut es gibt leute die haben sich beschwert ihr sich die jetzigen kinken auf der wange habt das finde ich echt hart und cool wenn man sich runtergerieben krieg viele haben sich beschwert dass der überhaupt nicht aussieht wie in der show ich bin da vergebener und auch verteidigender was das ganze angeht in richtung rahmenteu rahmenteu macht halt die figuren auf eine realistische art und weise sprich das ist brave star wie wir ihn kennen und der hat aber ein wirkliches native american gesicht und das kommt sehr gut hin das sieht dass das kaufe ich dem voll ab sieht super aus haare sind toll modelliert der zopf ist artikuliert nach oben nach unten kann sich drehen kann ausgerichtet werden also kann man kann man tatsächlich viel machen wenn irgendwo hingucken sollen dann soll er sich so mitschwingen da kann man viel mit machen das ist spitze augen sind gemalt die menge leben drinnen das hauptmaterial von oben ist hier erst mal so ein sonnen eigentlich möchte ich das nicht was ist ein blasseres gelb das bezieht sich dann entsprechend auf habe ich euch das mikrofon an ja habe ich ja auf den kragen und auf das hemd dann haben wir ein helles orange und ein helles rot blau noch mit kleinen gelben geschichten abgesetzt hat so ein rangmäßig wer mit dem marschel stern vorne drauf sieht super gut aus hier noch silber alles hier mit blau und noch mal ein bisschen anderes orange auf dem blassen gelb abgesetzt hier mit weiß und blau es ist jede menge zeug auf jede menge liebe bei dem ding im punkto details wirklich wirklich irre rundherum wirklich ordentlich schön gemalt das geht zieht sich komplett runter mit dem blau und silber hier braun und silber hier nochmal blau mit silber darauf hier unten auch noch ein kleiner punkt hier hinten so marke sporen mäßig und auch die stiefel noch mal wirklich wirklich klasse schönes schönes ding also wie gesagt rein wie der aussieht und so wie er sich anfühlt wirklich eine extrem wertige figur es ist bloß wie gesagt schade um den hut aber dafür gibt es auch eine lösung artikulation der kehr ist voll bis oben hin der kopf kommt nach oben kommt nach unten kommt nach links kommt nach rechts verwirrter marschel rundherum in alle möglichen winkel wir haben hier ein ball im hals in den kopf und dann noch mal in die brust runter das bezieht sich genauso auf oberkörper zu bauch wir haben ein double ball hier und hier teapot alles möglich der kann also wirklich sehr viel ausdruck haben schulter nach außen komplett rundherum ein bisschen butterfly hat auch mit einem schönen floating piece hier das ist schick vor allem ist das schön dass wir hier der teil wird hier drüber erweitert das finde ich richtig richtig gut oberarm rotation alles sehr zufriedenstehen stiff würde ich es nennen weil es ist wirklich wirklich smooth doppel ellbogen auch kein problem kann er schön ansetzen seit dieser ball pack übrigens einmal rausgekommen ist kommt er mir regelmäßig raus hier ist keine zusätzliche rotation hier ist ein bisschen spiel drin aber es ist nicht wild die ball packs sind grob gerettet funktioniert aber rotation rundherum könnt ihr ausrichten wie ihr wollt das ist sehr sehr schön zweite hüft rotation hier unten dann haben wir die beine dürften auch sehr frei agieren denn die hose hier ist ein komplettes loading piece bis das hier unten rein geht ja voller spagat voller front split wir haben hier drin so ein bisschen drop down marke mayfax sprich da lässt sich eine menge drüber machen darüber dann entsprechend auch eine rotation hier eine rotation am kat was nicht über die maßen groß auffällt weil wir den kat hier mit dem braun haben rein visuell das ist sehr sehr schön gemacht ich sehe gerade das ist sogar noch ein floating piece auch schön gemacht knie doppelgelenk tight vor allem wegen dem pad aber das schöne ist man kann das pad ausrichten und dadurch wird das knie dann nahezu wieder realistisch sehr 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 schön toll gemacht keine zusätzliche rotation oben beim stiefel manche für machen das und dann haben wir den rocker der ist limitiert aber gibt einem eine menge man muss vor allem überlegen das ist ein stiefel wieviel fußgelenk ja weiß ich nicht stand wie viel ich weiß nicht wie man es nennen soll wie kann man wie weit kann man das schon machen das leder da spielt bis zu einer gewissen weite mit aber nicht so über die maßen weit kommt nach außen kommt nach innen nichtsdestotrotz fuß kommt ein stück runter kommt ein gutes stück hoch und wir haben tot hielt nach oben und dann entsprechend glatt pack falls ihr die big pack vintage von uns habt könnt ihr den aufstellen falls euch das nicht passt wie stabil steht von daher ja das ist der marschel in a nutshell wie man so schön sagt aber stellen wir das ding doch noch mal einmal halbwegs vernünftig hin und gucken uns doch mal an wieder mit hut und co mit ein paar die hand die wird ein bisschen nervig freunde langsam sage ich euch ganz ehrlich also seid damit vorsichtig jedenfalls setze ich ihm jetzt noch den hut auf und dann gucken wir mir mit anderen kollegen aus den 80ern so aussieht nehmen wir für ein bisschen scale doch einfach mal einen aktuellen transformer hier haben wir leader class nova prime der auch demnächst noch mal ein ganz ordentliches stück wachsen wird ehrlich gesagt dann haben wir hier aktuell den new eternia cyclone den gab es bei uns auch ich glaube der ist mittlerweile aber komplett vergriffen was aber natürlich auch wichtig ist und weil ich was ich euch definitiv nicht vorenthalten will hier haben wir quicksilver von den rahmen toys thunder thunder cats genau silver hawks exzellenter scale ganz ganz toll funktioniert spitze übrigens habe ich das jetzt hier mit dem klebeband gemacht das hat eben absolut nicht funktioniert und ich würde sagen weil das einer meiner absoluten favoriten sind und ihr könnt ja mal sagen ob ihr da bock drauf hättet ob wir das vielleicht ins programm genommen sollen hier haben wir noch den ultimate diesel von mattel ich glaube das sollte euch eine ganz gute idee geben wie der case scale wie der kerl funktioniert was euch erwartet wenn ihr da mit dem kerl zuschlagen solltet ist eine sehr schöne figur wenn auch nicht perfekt und ich schätze so werde ich meinen hinstellen so funktioniert das gut das ist jetzt wie gesagt mit dem tape man sieht es nirgendwo der hut sitzt jetzt vernünftig schön mit seinem blaster an der hand sein tomahawk noch hier auf der seite wahrscheinlich erst ein bisschen angewinkelt damit das nicht wegfällt aber dann hat man jedoch einen sehr sehr tollen brave star ich habe ihn nicht marschall brave star genannt vielleicht reicht das ja keine ahnung das war jedenfalls das review lasst mal hören ob ihr mehr davon sehen wollt wir wissen nicht ob es hinkriegen euch das dann immer entsprechend zu zeigen aber wir dachten bei so einer ja bei so einem release würde sich das doch durchaus mal lohnen von daher wir haben noch ein paar davon eure vorbestellungen gehen jetzt raus dienstag ist der erste tag wo die dinger losgehen seht uns nach wenn wir es nicht direkt alles rauskriegen wir machen das ding immer noch neben neben beruflich und haben auch noch anderen kram zu tun aber die marshals die noch über sind bringen wir mit auf die toyplosion nächste woche castro brauxel ich muss mal gucken was ist das datum noch mal ich vertüge das immer vierzehnten und fünfzehnten sind wir da mit unserem kram wir würden uns freuen wenn ihr dazu kommt und so lange würde ich sagen hoffen wir dass wir euch beim chat darum sehen und ansonsten bis zum nächsten mal bleibt gesund schönen samstagabend hochschau